Musik Heilige Nacht von Erich Hüser Geboren ward zu Bethlehem ein Kindlein aus dem Stamme Sem Und ist es auch schon lange her, seit's in der Krippe lag, So freuen sich doch die Menschen sehr, bis auf den heutigen Tag. Minister und Agarier, Bourgeois und Proletarier, Es feiert jeder Aria zu gleicher Zeit und überall Die Christgeburt im Rindviehstall. Das Volk allein, dem es geschah, das feiert lieber Chanukka. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.